Siegen wird die Kraft, die von Zeit geschickt vorbestimmt dem Volk, das in Geisteshut zu der Menschheit heil in Europas Herz Licht dem Kampf entringt. Für Haar von Molke, von Rudolf Steiner, am 27. August 1914, aber in die heutige Zeit genauso passend. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.